Im folgenden führen wir eine Übung der progressiven Muskelentspannung durch. Ziel dieser Übung ist es, den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung verschiedener Muskelgruppen zu spüren und sich dabei zu entspannen. Nimm zu Beginn deiner Entspannungsübung eine bequeme Position im Sitzen oder im Liegen ein. Mach es dir gemütlich und lockere deine Muskeln. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Im Moment gehen dir vielleicht verschiedene Gedanken durch den Kopf. Betrachte diese Gedanken wie einen vorbeifahrenden Zug, Waggon für Waggon. Du musst auf keinen davon aufspringen. Lass alle Gedanken und Geräusche, die du im Moment wahrnimmst, an dir vorüberziehen wie Wolken am Himmel. Wir starten jetzt mit der Entspannung des Gesichts. Lenke deine Aufmerksamkeit dafür zum Gesicht. Beiße die Zähne leicht aufeinander und spanne die Gesichtsmuskeln an. Verstärke jetzt den Druck ohne zu verkrampfen. Atme weiter und spüre die Spannung in deinem Gesicht. Lüse die Spannung jetzt wieder. Die Die Gesichtsmuskeln werden wieder locker und entspannen sich. Wir wiederholen die Übung jetzt noch einmal. Beiße die Zähne leicht aufeinander und spanne die Gesichtsmuskeln an. Verstärke jetzt den Druck ohne zu verkrampfen. Atme weiter und spüre die Spannung in deinem Gesicht. Löse die Spannung jetzt wieder. Das Gesicht ist locker und glatt. Alle Muskeln im Gesicht und im Kiefer sind gelöst. Du spürst die komplette Entspannung in deinem Gesicht. Wir starten jetzt mit der Entspannung der Schultern und des Rückens. Lenke deine Aufmerksamkeit dafür zu den Schultern. Drücke nun beide Schultern und Schulterblätter nach hinten und senke den Kopf leicht in Richtung Brust. Die Schulterblätter bewegen sich aufeinander zu. Verstärke jetzt den Druck ohne zu verkrampfen. Atme weiter und spüre die Spannung in deinen Schultern. Löse jetzt die Spannung wieder. Atme aus und lockere Schultern und Rücken. Die Schulterblätter gehen zurück in eine entspannte Position. Alle Muskeln sind gelöst und locker. Wir wiederholen die Übung jetzt noch einmal. Ziehe erneut die Schulterblätter nach hinten und senke gleichzeitig den Kopf in Richtung Brust. Atme dabei weiter und halte die Spannung. Löse die Spannung und richte deine Aufmerksamkeit auf die Entspannung in deinen Schultern und deinem Rücken. Der gesamte Rücken, die Schultern, der Nacken, alles ist angenehm locker. Du bist entspannt. Wir starten jetzt mit der Entspannung von Brust und Bauch. Lenke deine Aufmerksamkeit dafür zur Bauchdecke. Achte zuerst auf das Fließen deines Atems. Beim nächsten Atemzug atmest du tief ein. Halte den Atem an und spanne die Bauchdecke an. Halte die Spannung im Bauch. Löse die Spannung und atme ruhig und kräftig aus und wieder ein. Der Atem entspannt dich. Wir wiederholen die Übung jetzt noch einmal. Achte zuerst auf das Fließen deines Atems. Beim nächsten Atemzug tief einatmen, Atem anhalten und Bauchdecke anspannen. Löse die Spannung und atme kräftig aus. Der Atem fließt wieder ganz ruhig und gleichmäßig. Der Atem kommt und geht und entspannt die Bauchdecke, den Bauchraum und die Brust. Der frische Atem tut dir gut und du spürst eine tiefe Entspannung, die sich in deinem ganzen Körper ausbreitet. Wenn du jetzt wieder aktiv und wach sein willst, nimm die Entspannung wieder langsam zurück. Bewege deine Arme und Beine mehrmals. Du kannst dich auch räkeln und strecken. Öffne langsam die Augen und komme wieder im Hier und Jetzt an. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt etwas entspannter. Ich lade dich ein, mit mir noch mehr entspannende Übungen zu machen. Klicke am besten eines der Videos an oder hol dir gleich die kostenlose AOK-App mit allen Clips für dein Smartphone oder Tablet für die Entspannung unterwegs.